Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Maik. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um die Fotografie-News und willkommen erstmal zurück aus den Sommerferien. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ihr habt einen schönen Sommer erlebt bis jetzt und habt viele tolle Fotos gemacht. Und heute starten wir mal ganz langsam in die erste neue Folge nach der Sommerpause in die Foto-News rein. Wie immer gibt es was zu gewinnen. Es gibt viele Neuerungen, es gibt viele Informationen. Und wie immer packe ich euch alles, was ich jetzt hier sage, euch erzähle, Tipps und Tricks etc. Packe ich alles in die Videobeschreibung rein. Schaut da gerne mal rein. Da bekommt ihr dann weiterführende Informationen. Wir fangen mal direkt an. Mit der Drohne durch den höchsten Wasserfall der Welt fliegen. Das hat jemand gemacht und zwar hat das gemacht der Drohnenpilot Alice von Jason. Der ist mit seiner FPV-Drohne durch den größten Wasserfall in Venezuela geflogen oder über den Wasserfall geflogen. Der mehr als 3.200 Fuß hoch ist. Und die Bilder sind wirklich mega, mega geil. Also ich kann es nur sagen, schaut euch das Video an. Es geht 3-4 Minuten. Es ist wirklich cool gemacht, muss ich sagen. Und ja, er hat dafür anscheinend mehrere Jahre auch geübt, das Ding so fliegen zu können, wie er es da quasi zeigt. Und die Bilder sind wirklich sehr beeindruckend. Von daher schaut da auf jeden Fall mal rein. Wie immer, Link natürlich in der Videobeschreibung. Kamera- und Filmzubehör für unter 20 Dollar. 20 Dollar sind, glaube ich, so irgendwas bei 18, 19 Euro, würde ich jetzt sagen, laut Umrechnungskurs. Das scheint zu gehen, denn der YouTuber Caleb Pike hat ein neues Video rausgebracht. Und da stellt er diverse Dinge vor, die man vielleicht so braucht oder auch nicht braucht. Speziell zum Filmen. Und wenn du vielleicht ein Filmer bist, wenn du mal ein bisschen mehr erfahren möchtest über das Film, wenn du vielleicht gerade Zubehör suchst für dein Filmprojekt, dann schau dir das Video mal an. Wirklich sehr interessant. Ist auch englisch, aber er erklärt es so ruhig und so entspannt in seinen Videos, dass man das sehr gut verstehen kann. Also da am besten auch mal reinschauen. Es gibt einige Updates. Wenn du Photoshop-Nutzer bist, Adobe Photoshop-Nutzer bist, dann gibt es für das iPad und für die Desktop-Version momentan ein Update. Also da mal gucken, wenn du die Version noch nicht hast. Am besten mal installieren, beziehungsweise die neue Software dir runterladen. Und zwar geht es darunter zum Beispiel, dass du Objekte jetzt wesentlich einfacher freistellen kannst und vor allem die Objekte auch, die du freigestellt hast, wesentlich schneller und einfacher bearbeiten kannst. Ich habe es noch nicht testen können, weil ich auch gerade erst aus dem Urlaub zurück bin. Ich schaue mir die Funktion auf jeden Fall mal an, denn oftmals ist es schon so, dass man, wenn man seine Landschaftsbilder beispielsweise noch ein bisschen bearbeitet in Photoshop, dass man einzelne Nuancen so ein bisschen rausarbeiten will. Und das kann man jetzt mit diesem neuen Tool machen. Das ist nur eine Neuerung. Es gibt noch viel mehr Neuerungen, aber das wäre zum Beispiel eine Neuerung. Also wenn du jetzt Adobe-Nutzer bist, Photoshop-Nutzer bist, dann schau mal rein. Auch wie gesagt, fürs iPad gerade eine neue Version rausgekommen mit einigen Neuerungen. Dann gibt es den Internationalen Garten-Fotowettbewerb. Der ist soweit durch. Dort findet ihr aber die schönsten Makro-Bilder. Und ich finde sowas immer sehr faszinierend. Ich gucke mir solche Galerien immer super gerne an. Und da sind echt einige witzige Fotos auch dabei. Einige wirklich sehr hochklassige Fotos dabei aus der Makro-Fotografie. Also wenn dich das interessiert, schau da gerne mal rein. Und da erfährst du alles Weitere quasi dann über das Thema zum Garten-Fotowettbewerb. Wusstest du, dass Brian Adams, der Musiker, Summer of 69, kennst du wahrscheinlich, dass der auch Fotograf ist? Ich wusste das nicht. Der hat aber jetzt momentan den neuen Pirelli-Kalender fotografiert mit den Models dazu. Einige Stars sind auch dabei. Einige Musikerinnen und Musiker sind dabei. Aber ich wusste gar nicht, dass der auch Fotos macht. Hat anscheinend auch ein eigenes größeres Studio. Kann man sich wahrscheinlich auch ganz gut leisten als Musiker, wenn man in dieser Branche unterwegs ist. Aber dass er so tolle Fotos macht, wusste ich tatsächlich nicht. Schaut da gerne mal rein. Denn der hat den, wie gesagt, den neuen Pirelli-Kalender fotografiert. Dann geht es weiter mit meinen Projekten. Also was steht hier gerade so an auf dem Kanal? Du siehst schon, dass die Fotonews ein bisschen kürzer gehalten sind heute. Also es ist auch momentan gar nicht so viel Bewegung am Markt. Ich denke nach der Sommerpause jetzt wird es wieder ein bisschen anziehen. Und da werden auch die großen Hersteller wieder einige Neuerungen, einige neue Informationen dann auch für uns haben. Auch die gibt es dann natürlich in den nächsten Videos. Was mache ich gerade derzeit? Ich plane die nächste größere Fotoreise so langsam. Denn es geht für mich auf jeden Fall auf die Lofoten. Ob das dieses Jahr noch passieren wird, weiß ich noch nicht so konkret. Auch wegen Corona so ein bisschen. Ist ja alles gerade so ein bisschen komisch wieder. Muss ich so ein bisschen schauen, ob ich dieses Jahr das noch schaffen werde. Spätestens aber nächstes Jahr im Frühjahr ist die Reise zumindest schon mal gedanklich und auch finanziell geplant. Dort eine Woche wieder lang zu reisen, Fotos zu machen. Natürlich für euch auch Vlogs aufzunehmen und entsprechend dann natürlich auch tolle Bilder machen zu können. Hoffentlich. Ja, apropos Urlaub. Der Sommer ist vorbei. Und falls ihr noch nicht gesehen habt, es gibt diverse Videos von mir. Aus dem Schwarzwald habe ich diverse Videos aufgenommen. Aus Schweden sind gerade schon die ersten beiden Videos online. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und in Schweden habe ich auch einen kleinen Vlog mal aufgenommen. Einfach mal so aus der Fasson heraus, wie man so schön sagt. Einfach ganz spontan die Kamera immer dabei gehabt, weil ich nicht jeden Tag irgendwie großartig planen wollte für Videos. Da habe ich einfach die Kamera mit dabei gehabt jedes Mal und habe immer so ein paar Sequenzen aufgenommen. Und da nehme ich euch so ein bisschen mit durch die zwei Wochen in Schweden, in denen wir unterwegs waren. An verschiedenen Standorten waren wir auch unterwegs. Einmal in Dalsland, einmal eher so nördlich von Schweden gelegen und dann einmal in den Westschern. Das war auch sehr schön. Und ja, was es da zu erleben gegeben hat, das erfahrt ihr dann, wie gesagt, in den nächsten Folgen des Schweden-Vlog. Die erste Folge ist schon online, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ein Video aus Schweden direkt ist auch schon online. Da geht es um einfache Fotomotive. Also schaut da gerne mal rein. Was ich nicht mehr testen werde, ist das S-Artisans Makro-Objektiv. Ich hätte vor ein paar Wochen mal angekündigt, mir das Objektiv gekauft zu haben. Ich wollte mich so ein bisschen in die Makro-Fotografie einarbeiten. Tatsächlich habe ich das auch gemacht. Einen kurzen Zeitraum allerdings nur. Also ich kann jetzt nicht über das Objektiv generell was sagen. Dennoch habe ich für mich damals entschieden, okay, es ist für mich erstmal nichts momentan, weil ich einfach zu viele andere Projekte habe, habe ich das Objektiv wieder zurückgeschickt. Also es wird dazu kein Review geben von mir. Und auch keine Meinung dazu geben. Ich habe einfach zu kurz getestet, um jetzt mir da, sage ich mal, auch eine Meinung bilden zu können. Von daher nicht enttäuscht sein, wenn ihr da kein Video sehen werdet. Ich wollte es nur einmal angesprochen haben, weil einige mich schon angeschrieben haben, wann denn das Video kommen wird zu dem Objektiv. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele andere Videos auf YouTube. Schaut da gerne mal rein zu dem Objektiv, wenn ihr dazu Fragen habt. 7Artisans Makroobjektiv ist das gewesen. Und wie gesagt, ich für mich habe da erstmal keine Verwendung. Deswegen ist es auf jeden Fall erstmal zurückgegangen. Die Fotografie-Challenge ist nicht in Vergessenheit geraten. Die geht weiter. Die Videos dazu nehme ich jetzt demnächst wieder auf. Und dann könnt ihr wieder mitmachen. Ihr könnt wieder quasi die Herausforderung annehmen und könnt dann auch euer eigenes Foto schießen zur Challenge. Und könnt mich dann dazu auch anschreiben. Könnt mir euer Foto schicken, was ihr gemacht habt. Und ich stelle dann das Foto, was ihr gemacht habt, in den nächsten Challenges sozusagen vor. Im nächsten Video einfach dann vor. Ich weiß, einige Fotos habe ich noch nicht mit aufgenommen aus der letzten Challenge. Das tut mir leid. Das nehme ich nochmal mit im nächsten Video mit auf. Die zeige ich auf jeden Fall nochmal. Wenn ihr merkt, dass euer Foto gefehlt hat oder ähnliches, dann schreibt mir bitte eine kurze E-Mail. Denn ich bekomme wirklich sehr, sehr viele E-Mails. Und muss immer so ein bisschen gucken, ob es gerade reinpasst. Ob ich es vielleicht auch vergessen habe. Auch ich vergesse manchmal Sachen. Das tut mir leid. Aber sagt einfach kurz Bescheid. Ich habe ein Foto geschickt. Und kannst du es bitte mit in das Video aufnehmen. Dann mache ich das sehr gerne. Genau. Dann gibt es ab sofort den neuen Warnemünde-Kalender im Pre-Order für 2022. Es wird dazu nochmal ein extra Video geben. Dazu stelle ich den Kalender nochmal ganz genau vor. Das ist erstmal so die erste Version, die ich jetzt fertig hatte. Wieder sehr, sehr hochwertig. Auf ganz, ganz dicken Papier das Ganze gedruckt. Zwölf ganz tolle Fotomotive, wie ich wieder finde, sind dabei. Die laden zum Träumen und Verweilen ein. Und du siehst schon, dass ich mich dieses Mal für das Deckcover entschieden habe. Wie auch bei dem Fotoabenteuer Warnemünde, wie bei dem Buch. Ich finde, das passt ganz gut. Die beiden harmonieren sehr gut zusammen. Deswegen ist es dieses Jahr die Ostmole hier als Cover geworden. Alles weitere wieder hinten am Kalender, wie du siehst. Du hast wieder die Einstellung dabei von den einzelnen Fotos. Beispielsweise immer die Millimeterangabe, dann die Blende, ISO-Wert und auch die Verschlusszeit. Das heißt, wenn du jetzt in Warnemünde mal unterwegs bist und möchtest ganz gerne eins von diesen Fotos nachproduzieren, dann hast du zumindest immer schon mal so die Grundeinstellung für deine Kamera dabei und kannst dann entsprechend das nachfotografieren. Momentan Pre-Order verfügbar. Wie gesagt, es ist dieses Mal so, dass ich nur eine ganz kleine Stückzahl habe von 150 Stück. Und wenn die wechseln, produziere ich auch nicht mehr nach. Ich werde zukünftig diese Kalender auch nur noch in solchen kleinen Stückzahlen produzieren lassen, weil das schwierig ist zum Kalkulieren für mich selbst. Klar, wir haben August und die meisten Leute kaufen sich jetzt noch gar keinen Kalender, weil das Jahr noch nicht mal rum ist, ist ganz klar. Die meisten Leute werden wahrscheinlich erst im Oktober, November nachher irgendwann losgehen und werden das als Weihnachtsgeschenk oder als Geburtstagsgeschenk oder wie auch immer sich organisieren. Ich will damit aber nur sagen, dass es für mich als Produzent, als Hersteller, als Fotograf schon schwierig ist, das konkret kalkulieren zu können. Klar, könnte man vorher abfragen, aber es ist einfach zu vage, sag ich mal, um da jetzt konkret jedes Jahr 600, 700 Stück drucken zu lassen und nachher werden die vielleicht nicht abgenommen. Also das nur zur Info. Also 150 Stück gibt es, es sind jetzt glaube ich schon 50 Stück oder so sind schon weg. Also es gibt noch ungefähr so 100 oder 110 bin ich jetzt der Meinung, weiß ich nicht ganz genau. Die Kalender sind gerade im Druck und werden dann Mitte September spätestens verschickt werden. Das Ganze, wie gesagt, wieder sehr hochwertig, auf sehr, sehr dicken Papier gedruckt, mit Schutzfolie. Jeder Kalender ist nochmal einzeln eingeschweißt. Also auch da ist alles soweit wieder wie gehabt, sehr hochwertig und auch produziert worden für euch. Dann gibt es momentan den Fotospicker, 1 Euro günstiger. Schaut da gerne mal vorbei, inklusive Versandkosten auch das Ganze. Also wenn ihr Lust habt auf einen Fotospicker, ich habe noch welche, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schicken. Ihr könnt auf Rechnung bestellen, ihr könnt per Paypal bezahlen, also alles ohne Risiko. Wie gesagt, momentan 1 Euro günstiger. Das Ganze läuft für die nächsten 3 bis 4 Wochen. Da gerne mal vorbeischauen auf der Webseite bei mir und meinem Shop. Wie gesagt, gibt es momentan etwas günstiger. Auch das Fotoabenteuer Warnemünde, ich habe nochmal nachdrucken lassen, 50 Exemplare gibt es jetzt noch. Auch wenn die weg sind, wird es das Buch nicht mehr geben. Wenn ihr also Lust habt, euch mal das Fotoabenteuer Warnemünde anzuschauen, auch da einfach mal in den Link schauen, in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr alle Informationen. Genau. Dann kommen wir mal zu euren Instagram-Kanälen. Und zwar habe ich mir heute mal 4 Kanäle rausgesucht und wie ich finde, wieder sehr, sehr tolle Fotos dabei. Wir fangen mal an mit dem Matthias Brauer. Und zwar hat er fotografiert den Hohen Deicher See zum Sonnenaufgang. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Sehr schön gelungen. Auch sehr schön gerahmt, das Bild. Also ganz toll gelungen, Matthias. Von mir einen Daumen nach oben. Das Herz hast du schon bekommen für dein Foto. Und ja, mach auf jeden Fall weiter. So ein ganz schönes Foto, wie ich persönlich finde. Dann haben wir einmal Heiko Marx, Leuchtturm in Kiel. Ich glaube, Heiko hat mich gestern noch angeschrieben. Das Foto hatten wir vielleicht schon mal hier in den Foto-News. Wenn das der Fall ist, tut mir leid. Ich möchte jetzt hier keinen irgendwie total bevorzugen oder ähnliches. Dennoch lasse ich es jetzt drin. Und wie ich da finde, auch ein ganz, ganz tolles Foto. Der Leuchtturm in Kiel zum Sonnenuntergang, wie er geschrieben hat. Und ich habe Verwandte in Kiel. Ich muss unbedingt mal zu diesem Leuchtturm fahren demnächst. Dass ich auf jeden Fall diesen mal ablichten kann. Denn ich bin auch so ein Leuchtturm-Hunter in Anführungsstrichen. Also mich interessieren auf jeden Fall verschiedene Leuchttürme auch sehr. Und der ist auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall schon mit drauf. Also Heiko, vielen Dank nochmal für dein tolles Bild. Mach gerne weiter so. Und ja, taggt mich auf jeden Fall mit dem Hashtag Herfurt-Foto immer in euren Bildern auf Instagram. Dann sehe ich das. Und dann habt ihr die Chance, hier einmal vorgestellt zu werden. Und der letzte ist Dominik, Fotografie, McPom, Strand zum Sonnenuntergang. Ich bin der Meinung, es muss irgendwie Grail Müritz oder Ähnliches sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht kann Dominik noch was dazu schreiben, wenn er das Video jetzt hier gerade sieht. Mal konkret dazuschreiben, wo das ist. Auch ein sehr schönes Bild. Sehr schöne Lichtstimmung, wie ich finde. Ganz, ganz toll gemacht. Dominik, mach auf jeden Fall weiter so. Bleib dabei. Und ja, auf jeden Fall viele tolle Bilder bis jetzt auf Instagram, die ich mir so anschaue von euch. Also wirklich ganz, ganz tolle Bilder dabei. Und wenn auch du Lust hast, dass dein Bild mal hier gezeigt wird, dann nutze den Hashtag Herfurt-Foto. Dann sehe ich das in meiner Timeline quasi und kann mir die Fotos anschauen und suche dann für das nächste Video vielleicht dich auch hier raus und stelle dich hier vor. Genau, das waren einmal die Instagram-Kanäle. Kommen wir immer noch zu dem Thema Sonstiges. Und zwar geht es um die Fotografie-Workshops. Es gibt jetzt noch die nächsten zwei Termine hier in Warnemünde, die ich anbieten kann. Und zwar am 16.10. und am 13.11. wird es zwei Workshops geben. Also das Ganze ist immer auf drei bis maximal fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt. Wir starten sehr, sehr früh am Morgen, nehmen die goldene, die blaue Stunde auf jeden Fall mit und sind dann unterwegs, wenn noch nie jemand oder wenn keiner in Warnemünde unterwegs ist, in der Regel zu den frühen Uhrzeiten. Das wird natürlich im Oktober, im November ein bisschen früher auf jeden Fall sein, als das jetzt der Fall ist. Aber ich kann immer nur empfehlen, holt euch auf jeden Fall einen Platz. Es lohnt sich in meinen Augen. Ihr lernt nicht nur von mir ganz, ganz viele Dinge, sondern auch von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dabei sind. Denn wir tauschen uns ganz, ganz viel aus. Und der eine fotografiert vielleicht so, schon so ein bisschen, der andere vielleicht so. Es kann gefachsimpelt werden und ihr habt wirklich viel, viel Zeit zum Fotografieren. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr Lust habt auf einen Workshop mit mir, dann einfach mal buchen. Und Link dazu auch wie immer in der Videobeschreibung. Dann ganz kurz mal Workshop, Thema Nummer zwei. Wollt ihr vielleicht mal einen Workshop in Hamburg machen, beispielsweise Speicherstadt oder in der City oder wie auch immer? Wenn das der Fall ist, dann lasst mal gerne einen Kommentar für mich da. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schicken. Ich habe jetzt seit den letzten Videos, die ich in Hamburg gedreht habe, auch mit dem Ben Recke zusammen, gutes Feedback bekommen von euch. Und viele haben gefragt, okay, machen wir mal was zusammen in Hamburg vielleicht oder kann ich mal einen Workshop anbieten in Hamburg? Prinzipiell ist es kein Thema. Ja, kann man machen. Ich muss nur für mich in die Kalkulation gehen so ein bisschen. Ich muss gucken, was wir machen können. Ich muss dann die Spots mir so ein bisschen anschauen, wo wir hingehen können, was wir konkret fotografieren können, zu welcher Uhrzeit wir fotografieren können. Das bedarf ein bisschen Planung. Und wenn da jetzt genug Leute zusammenkommen würden, ich sage mal so mindestens zehn bräuchten wir schon. Ich sage mal, acht würden wahrscheinlich auch noch gehen, aber so acht bis zehn Leute wären schon gut für eine Gruppe. Und wenn du Lust hast, wenn du aus Hamburg kommst oder aus Umgebung von Hamburg, dann schreib gerne mal einen Kommentar unter das Video und sag mal, ob du Lust hättest zu dem Workshop. Ja oder nein? Einfach hinschreiben. Hamburg, ja oder nein? Oder mir eine E-Mail schicken an moina-herfurt.de und dann würde ich mal ein bisschen in die Kalkulation gehen und kann euch auch mal Feedback dazu geben, ob sich das Ganze in Hamburg mit dem Workshop dann auch realisieren lässt. Genau. Dann sind wir aber im Gewinnspiel. Oder ich verlose wieder natürlich etwas und heute gibt es einmal einen Stoffhintergrund zu gewinnen, einen blauen. Ich mache den mal auf, wie du schon siehst. Den verlose ich einmal heute. Ganz easy peasy, ganz leicht zu bügeln. Super cool für Porträtfotografie, für zu Hause. Wenn du Foodfotografie machen möchtest oder ähnliches, du wirst es schon einfach zusammenlegen und dann einfach in den Schrank packen, ganz einfach zu benutzen. Den verlose ich heute einmal. Ich glaube, es ist so eine Art blau-grau, würde ich jetzt vielleicht sagen. Noch nie benutzt, ganz neuer Stoffhintergrund. Und was ihr machen müsst, ist einfach das Wort Hintergrund dann für das Gewinnspiel in die Kommentare einfach reinzuschreiben. Dann nehmt ihr automatisch teil und in zwei Wochen teile ich dann hier den Gewinner, die Gewinnerin, hier auf YouTube mit. Und dann seht ihr, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, muss ich dazu sagen. Ich versende auch den Gewinn nur innerhalb von Deutschland, aufgrund der hohen Versandkosten in der Regel. Und ja, macht doch gerne mit, wenn du Bock hast, auf einen coolen Stoffhintergrund. Ja, das war es für heute, für die ersten Foto-News nach der Sommerpause. Es werden jetzt demnächst wieder ganz, ganz viele Videos noch folgen. Wie gesagt, aus Schweden kommen jetzt demnächst einige Vlogs raus. Dann habe ich noch andere Videos schon in der Pipeline drin, die ich noch gerade schneiden muss, die auch rauskommen werden. Und ja, wenn ihr noch nicht mich abonniert habt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo für mich da. Ist ganz wichtig. Ich sehe nämlich immer, es schauen relativ viele Leute die Videos auch an, aber die wenigsten drücken halt die Abo-Glocke. Deswegen würde mir das sehr helfen, dass wir den Algorithmus von YouTube ein bisschen pushen können. Also lasst gerne immer einen Daumen nach oben da, kommentiert vor allem fleißig, teilt das Ganze. Und wichtiger ist noch, wie gesagt, einfach die Abo-Glocke zu drücken. Dann bekommt ihr alle neuen Themen natürlich wie immer in euer Postfach hinein. Das war es erstmal. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Bleibt gesund und viel Spaß mit eurer Fotografie. Bis zum nächsten Video. Euer Mike. Ciao, ciao. Ciao.